Als Gast haben wir Frau Junior-Professorin Dr. Silvia Schöneburg aus dem Mathematischen Institut. Genau genommen hat sie die Professur für Didaktik in der Mathematik inne. Das heißt, sie wird wohl sicher in der Lage sein, uns hier auch was beizubringen, wenn es darum geht, die Identität im Klammer auf mathematischen, Klammer zu, Puzzle, kaltig zu machen. Worauf die Klammer jetzt steht, weiß ich nicht genau, aber vielleicht verraten Sie uns das noch. Frau Professor Schöneburg hat, wie Sie natürlich ahnen, Mathematik studiert. Und zwar ursprünglich tatsächlich für das Lehramt an Gymnasien. Hat auch das erste und zweite Staatsexamen abgeschlossen. Dazwischen allerdings auch noch promoviert. War wahrscheinlich langweilig, so nur Staatsexamen. Kann man auch einen Doktortitel machen. Das war im Jahre 2007. Sie hat auch einige Reise- und Auszeichnungen bekommen, wie beispielsweise die Luther-Urkunde der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Wo sie auch studiert hat. Oder den Preis der Georg-Kanter-Vereinigung der Freunde und Förderer. Sie hat neben ihren Aktivitäten, die sie natürlich an der Hochschule hat, noch eine Reihe weiterer Interessen, die auch was mit Mathematik zu tun haben. Alle anderen habe ich nicht verraten gefunden im Internet. Dazu gehört, das finde ich sehr interessant, die Inspirata, also das Zentrum für mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung. Das ist so eine Art Museum zum Anfassen. Jetzt auf der alten Messe lokalisiert. Offenbar schon länger stand ja über meinen Haupt, dass ich das immer noch woanders verortet hatte, obwohl es schon länger dort auf der alten Messe ist. Vielleicht werden Sie auch dazu am Anschluss noch was sagen, noch ein paar Leute einladen. Das ist ja bestimmt eine sehr spannende Sache. Zumindest ähnliche Konzepte kenne ich. Also auch aus Bonn gibt es ein ähnliches Museum, was ich schon besucht habe. Ich gehe jetzt zu diesem Jahr, aber ich verspreche, jetzt vorbeizukommen. Dankeschön, dass Sie zu uns gekommen sind und wünsche uns allen einen schönen Abend. Dankeschön Ihnen. Vielen Dank für die einleitenden Worte und ich möchte Sie auch ganz herzlich willkommen heißen und freue mich über das große Interesse, was Sie der Mathematik und unseren Untersuchungen, was die Identität in der Mathematik ausmacht, heute beimessen. Wir haben uns jetzt schon ein ganzes Semester mit Identität beschäftigt und dabei ganz unterschiedliche Ansätze betrachtet. So wurde erörtert, welcher Einfluss die Hautfarbe auf die Wahrnehmung der eigenen und fremden Identität hat, aber auch, wie die Zusammenhänge sind zwischen Körpererfahrung, Geschlecht und Identität. Und nicht zuletzt die Frage, wie Kunst Identität schaffen kann. Kann Mathematik auch Identität schaffen? Oder was ist Identität in der Mathematik? Dem wollen wir uns jetzt zuwenden und schauen, was Identität in der Mathematik bedeutet. Wir haben ein Problem in der Mathematik, dass es eine Vielzahl von Wörtern gibt, die wir aus dem alltäglichen Sprachgebrauch kennen, die in der Mathematik dann aber eine andere Bedeutung haben. Kann man ein ganz einfaches Beispiel nennen, ein Ring. Jeder verbindet damit einen kreisförmigen Gegenstand oder halt was man am Finger trägt. In der Mathematik ist es eine algebraische Struktur, in der wir arbeiten. Oder der Begriff monoton. Im Alltag verbindet man damit etwas Eintöniges, etwas Langweiliges. Es ist ein negativ besetzter Begriff. In der Mathematik beschreibt es eine bestimmte Eigenschaft, nämlich das Verhalten einer Funktion. Eine Funktion kann monoton wachsend sein oder auch monoton fallend. Naja, wenn wir das wissen, dann fragen wir uns natürlich, was ist jetzt Identität? Passt es zu irgendwas, was Sie vielleicht schon gehört haben? Eine erste Antwort darauf verrät quasi die Ankündigung in der Vortragsreihe. Und wer ist da besser geeignet als der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz, der im letzten Jahr seinen 300. Todestag hatte und dem hier in Leipzig auf ganz verschiedene Art und Weise gedacht wurde. Es gab eine Vielzahl von Veranstaltungen, die das Wirken von Leibniz hier in Leipzig deutlich gemacht haben. Auch wenn dieser Ausspruch jetzt nicht von ihm als Mathematiker stammt, ist dieses Leibniz'sche Identitätsprinzip eigentlich ganz treffend. Nämlich, dass ein Gegenstand A genau dann mit einem Gegenstand B identisch ist, wenn sich zwischen A und B kein Unterschied finden lässt. Was heißt das jetzt für die Mathematik? Schauen wir mal in den Schulunterricht. Da bedeutet Identität sowas wie ist gleich oder wir gehen noch eine Stufe höher und verwenden dieses identisch-gleich-Zeichen. Das ist ein Ansatz, um Identität zu erklären. Aber wie es im normalen Alltag üblich ist, ist es auch in der Mathematik so. Auf eine Frage gibt es unzählige Antworten. Also wenn wir uns fragen, was ist Identität? Dann könnten wir beispielsweise antworten, es ist die Gleichheit einer Formel unabhängig von Parametern. Ein Beispiel. Wir haben die erste binomische Formel. Ja, und wenn wir für A und B Werte einsetzen, dann erhalten wir hier in dem Term auf der linken Seite genau den gleichen Wert wie hier auf der rechten Seite. Damit ist es gleich. Oder auch in der Kreisgleichung. Wenn ich für x Werte einsetze, dann kriege ich hier immer die 1 raus und das entspricht genau dem, was ich auf der rechten Seite habe. Das ist ein Antwortversuch auf die Frage, was ist die Identität? Eine ganz andere Antwort ist, es ist eine besondere Abbildung. Und zwar die identische Abbildung, die jedes Element aus der Menge x auf sich selbst abbildet. Schauen wir uns ein Beispiel an. Die Identität auf den reellen Zahlen. Wenn ich das veranschauliche, dann kommt eine Gerade raus, die durch den Koordinatenursprung eines Koordinatensystems geht. Und ich sehe, jedes x wird auf sich selbst abgebildet. Also die minus 4 wird auf die minus 4 abgebildet. Ihr könnt aber auch bei der minus 4,3 gucken. Die wird auf die minus 4,3 abgebildet. Naja, und diesen Graphen kann ich beschreiben mit der Funktion f von x ist gleich x. Davon abgeleitet, kann ich noch eine ganz andere Antwort geben, was die Identität ist. Nämlich eine besondere Matrix. Die Identitätsmatrix. Wenn wir uns die anschauen und die Einträge ein bisschen genauer betrachten in den Zeilen und in den Spalten, dann stellen wir fest, in der Hauptdiagonale finden wir lauter Einsen und alle anderen Einträge sind Null. Ja, die Matrix hat was mit Abbildung zu tun. Weil Matrizen beschreiben Abbildung vom Rn in den Rn. Naja, und unsere Einheitsmatrix, wie sie hier gegeben ist, beschreibt halt gerade so eine Abbildung. Was ist nun Identität? Die allgemeinste Antwort ist im gewissen Sinne die Identität, ist eine besondere Abbildung. Das heißt, alle anderen Antworten, die wir geben können, egal was es ist, kann ich irgendwie wieder darauf zurückführen, dass im Hintergrund eine Abbildung steht. Gehen wir zurück und schauen uns diese Gleichung an, die erste binomische Formel. Wenn ich hier Werte einsetze für A und B, dann kriege ich hier auch einen Wert aus. Das heißt, ich könnte abstrakter sagen, es ist eine Abbildung von einer reellen Zahl auf eine reelle Zahl. Und dieses abstrakte, dieses abstrakte Denken, das ist das, was die Mathematik auszeichnet. Der Schritt, dass man überall Abbildungen sieht, das ist für die Mathematik und für die Mathematiker charakteristisch und es ist auch stark verbreitet. Das ist ein gewisser Abstraktionsschritt, dass ich sage, okay, ich versuche Dinge mithilfe von Abbildungen zu beschreiben oder auch zu verstehen. In diesem Sinne, mit einem ausreichenden Maß an Abstraktion, kann ich sagen, die meisten, ja eigentlich alle Verwendungen des Begriffs Identität in der Mathematik, kann ich auf diesen Begriff der Identitätsabbildung zurückführen. Warum habe ich alle in Fragezeichen geschrieben? Ja, ganz einfach. Es gibt immer welche, die dann doch noch andere Wege denken, so dass man sagen kann, okay, die meisten, aber irgendwie kriege ich alle unter diesem Begriff zurück. Damit haben wir eigentlich auch die Antwort gegeben, die Identität in der Mathematik ist eine Abbildung, die jedes Element auf sich selbst abbildet. Damit wäre die Frage, die wir uns gestellt haben, abgeschlossen. Das heißt, Sie können an der Stelle jetzt aufhören zu reden und können Ihnen einen schönen Abend wünschen. Ich könnte aber auch sagen, ja, was ist denn das Besondere an Abbildungen? Wenn die ja hier so charakteristisch sind, dann muss ja irgendwas Besonderes sein. Sind Abbildungen wichtig? Da werden vielleicht die einen oder anderen sagen, nicht unbedingt. Die Mathematiker sagen auf jeden Fall, Abbildungen sind wichtig, und zwar vor allen Dingen solche Abbildungen, die bestimmte Strukturen erhalten. Weil wenn ich mir Abbildungen anschaue, die bestimmte Strukturen erhalten, na dann lerne ich etwas über diese Strukturen. Und eine Art dieser Abbildung sind die sogenannten Symmetrien. Na und wenn ich mir die Symmetrien eines Objektes anschaue, dann lerne ich etwas über dieses Objekt. Und ich möchte mir jetzt mit Ihnen die Symmetrien des Würfels anschauen. Dann kann ich jetzt erstmal schnell sagen, okay, der Würfel hat 48 Symmetrien. Das kann ich Ihnen auch relativ zügig nachweisen, dass das wirklich so ist. Ja, wie viele, wie kann man es machen? Wir können erstmal gucken, ich habe jetzt eine Seite, ich möchte, dass mich eine Seite des Würfels anzieht. Wie viele Möglichkeiten habe ich? Na, ich habe sechs Möglichkeiten, dass mich eine von diesen Seiten anschaut. Na ja, wenn mich eine Seite anschaut, dann habe ich die gegenüberliegende Seite fest. Also mit der kann ich nichts mehr machen. Das heißt, ich könnte mir jetzt mal angucken, wie sieht es denn mit dieser benachbarten Seite aus? Wie viele Möglichkeiten habe ich da? Na ja, und dann kann ich anfangen zu drehen und zu drehen und zu drehen und stelle fest, es sind genau vier Möglichkeiten. Das gleiche gilt wieder, wie eben gesagt, die gegenüberliegende Seite ist damit auch fest. Na, jetzt bleiben nur noch die obere und die untere Seite. Das heißt, wenn ich jetzt für die obere Seite eine wählen möchte, dann habe ich genau zwei Möglichkeiten. Das heißt, ich habe sechs mal vier mal zwei Möglichkeiten, 48 Möglichkeiten sozusagen, dass mich eine Seite von diesem Würfel anschaut. 24 davon kann ich durch Drehungen erreichen. Was ich nicht mehr durch Drehungen erreichen kann, na, das ist jetzt, wenn ich quasi die erste Seite und die benachbarte Seite habe, diese obere und untere Seite, das kann ich nicht mehr drehen, sondern die kriege ich nur noch durch Spiegelungen hin. Und damit habe ich im Grunde genommen 24 Drehungen und die restlichen kommen dann durch die Spiegelungen zustande. Jetzt haben wir uns dem Ganzen kombinatorisch genähert und gesagt, okay, es gibt 48 Symmetrien. Jetzt habe ich was über das Objekt Würfel gelernt. Aber ich kann noch deutlich mehr lernen, indem ich nämlich frage, was sind denn das für Symmetrien? Ich schaue mir das jetzt genauer an und lerne so noch mehr über den Würfel kennen. Ein Objekt verstehen heißt, seine Symmetrien zu verstehen. Naja, was gibt es für Arten von Symmetrien? Das Einfachste ist die Identität. Wenn ich jetzt die 1 anschaut und ich nichts mache, dann bleibt der Würfel so, wie er ist und das ist die Identität. Und dann kann ich natürlich schauen, okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Kann ich jetzt meinen Würfel irgendwie drehen? Gibt es Drehachsen? Dann kann ich überlegen, okay, ich könnte mir hier die Seiten Mittelpunkte nehmen und die Drehachsen da durchpacken. So wie es hier dargestellt. Naja, und wenn ich überlege, okay, der Würfel hat 6 Seiten, dann habe ich genau 3 Drehachsen. Ja, und jetzt kann ich ja meinen Würfel mal drehen und gucken, was da passiert. Die 1 schaut mich an und jetzt fange ich an zu drehen. Ich mache eine Drehung, ich mache eine zweite Drehung, ich mache eine dritte Drehung und ich mache eine vierte Drehung. Und dann schaut mich die 1 wieder an. Das heißt, ich habe eine Drehung der Ordnung 4 und ich kann drei Drehungen durchführen, ohne dass mich der Würfel wieder genauso anschaut, wie vorher auch. Gibt es noch andere Drehachsen? Naja, ich könnte zum Beispiel eine durch den Eckpunkt eines Würfels legen und durch die diagonal gegenüberliegende Ecke. So wie hier dargestellt. Na, wie viel habe ich denn da? Ich kann einmal durch die obere linke Ecke und die untere rechte oder die obere rechte und die untere linke und ich kann das aber noch mal von hinten, also von der unteren hinteren Ecke nach vorne machen und komme dann genau auf vier Drehachsen. Na ja, und wenn ich mir jetzt wieder den Würfel angucke und sage, okay, jetzt schaut mich die 1 und die 4 an, was, wie viele Drehungen kann ich machen? Dann stelle ich fest, okay, 1, 2 und 3. Dann guckt mich der Würfel wieder genauso an. Das heißt, ich habe hier eine Drehung der Ordnung 3 und kann zwei Drehungen machen, damit ich eine andere Abbildung erreiche. Na ja, gibt es noch mehr Drehachsen? Ich könnte jetzt beispielsweise auch sagen, okay, ich lege die Drehachse durch die Kanten. Ich nehme die Mittelpunkte der gegenüberliegenden Kanten und das wäre auch eine Drehachse. Na, wie viele Kanten habe ich denn beim Würfel? Wenn ich die zähle, komme ich genau auf zwölf Kanten. Das heißt, übergegenüberliegend ich habe sechs Drehachsen. Na ja, und wenn ich das dann mache, dann kann ich gucken, okay, ich mache genau zwei Drehungen, um wieder meinen Ausgangswürfel zu erhalten. Das heißt, wir haben hier eine Ordnung 2 und wir können eine Drehung machen, um nicht die Identität wieder zu haben. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, habe ich dreimal drei Drehungen, neun, dazu kommt vier mal zwei Drehungen, acht, dann haben wir siebzehn, und sechs mal eine Drehung sind dreiundzwanzig und es bleibt noch die Identität, vierundzwanzig Drehungen. Und jetzt komme ich auf die achtundvierzig, indem ich wieder die Spiegelung einbeziehe. Das heißt, neben der Anzahl der Symmetrien haben wir jetzt auch noch was über die Symmetrie-Arten gelernt. Wir können jetzt das Objekt Würfel noch besser verstehen, wenn wir sagen, wir schauen da mal mit einem Algebraischen Blick drauf. Denn die Symmetrien bilden eine Gruppe. Was heißt Gruppe? Na, wir haben eine Menge G mit einer Verknüpfung, die ein Paar von Elementen aus der Menge G auch ein Element aus G abbildet. Das hört sich jetzt total abstrakt an, ist aber ganz einfach. Jeder von Ihnen hat das schon gemacht. Nehmen Sie sich ein Paar von Zahlen, also 2 und die 5 beispielsweise. Und die verknüpfen wir jetzt mit dem Pluszeichen. Dann haben wir 2 plus 5 ist Teil 7. Dann ist das Paar 2, 5 auf die Zahl 7 abgebildet worden. Und genau das steht hier oben mit dieser Verknüpfung. Na ja, und wann ist jetzt diese Menge eigentlich eine Gruppe? Dazu müssen bestimmte Eigenschaften erfüllt sein. Die erste ist, dass es ein Element in dieser Menge G gibt, nämlich die Identität, sodass die Identität verknüpft mit A, das ist ein Element aus der Menge G, genau dasselbe ist, wie A verknüpft mit der Identität, Nämlich genau dieses Element A. Nehmen wir uns ein Beispiel, die ganzen Zahlen mit der Verknüpfung plus, dann schauen wir uns an, was ist die Identität? Die Null. Weil wenn ich Null plus A mache, dann ist es dasselbe, als wenn ich A plus Null rechne und das ist genau dieses A, nämlich dieses Element aus der Gruppe. Zu jedem A aus G gibt es ein A hoch minus 1 aus G mit A verknüpft A hoch minus 1. Das ist genau dasselbe wie A hoch minus 1 verknüpft mit A und das ist gleich die Identität. Da bleiben wir mal bei unseren ganzen Zahlen und überlegen wir mal, okay, was ist dieses inverse Element? ist es minus A, weil ich habe gesagt, hier A plus minus A ist dasselbe wie minus A plus A nehme ich gleich 0 und vorhin habe ich gezeigt, 0 ist die Identität. Naja, und wenn ich jetzt einfach beliebige Zahlen aus den ganzen Zahlen einsetze und sage A plus in Klammern B plus C, dann ist es genau dasselbe wie wenn ich sage A plus B in Klammern plus C und das hat jeder in der fünften Klasse als Gesetz kennengelernt. Damit kann ich sagen, haben wir ganz nebenbei festgestellt, dass die ganzen Zahlen mit der Verknüpfung plus eine Gruppe bilden und die Identität ist jetzt die 0. Ein anderes Beispiel wären die rationalen Zahlen außer der 0 und der Verknüpfung die Malzeichen. Was ist denn die Identität? Die Identität ist 1 weil 1 mal A ist dasselbe wie A mal 1 nämlich genau A für alle A aus dem Bereich der rationalen Zahlen und mein inverses Element ist 1 durch A das heißt A mal 1 durch A ist dasselbe wie 1 durch A mal A und das ist wieder 1 und da haben wir gerade gesagt das ist die Identität und das Assoziativgesetz kann ich auch ohne weiteres auf diese Art zeigen. So jetzt haben wir gesagt Symmetrien bilden eine Gruppe und wir wollten ja den Würfel ein bisschen genauer betrachten auch die Menge der Symmetrien mit der Verknüpfung hintereinander Ausführung also dass ich bestimmte Züge hintereinander mache ist eine Gruppe was ist denn meine Identität? Meine Identität ist wenn ich mir die 1 hier halte das Nichtstun ich lasse den Würfel so dann bleibt dann ist das meine Identität dann ist das genau der Würfel Naja und die Identität verknüpft mit einer Drehung ist genau dasselbe als wenn ich erst die Verdrehung durchführe dann den Würfel so lasse und demzufolge genau dieses A raus bekomme Naja und der zweite Punkt was ist denn das Inverse Naja ich kann anfangen und sagen okay ich drehe den Würfel nach oben und dann mache ich das wieder rückgängig und das genau selbe als wenn ich sage okay ich drehe ihn erst nach unten und drehe ihn dann nach oben auch da kriege ich wieder meine Identität raus das Assoziativgesetz lässt sich ähnlich zeigen und damit kann ich sagen die Menge der Symmetrien mit der Verknüpfung hintereinander Ausführung ist eine Gruppe aber ein gewisser Vorsicht ist geboten im Allgemeinen ist A verknüpft mit B nicht dasselbe wie B verknüpft mit A das heißt wenn ich jetzt beispielsweise die Würfel der schaut mich mit der 1 an erst nach oben drehe und dann nach links dann gucke ich die 2 an das ist nicht dasselbe als wenn ich erst nach links und dann nach oben mache dann gucke ich die 4 an die Gruppe der Symmetrien des Würfels nennen wir jetzt die Symmetriegruppe des Würfels und die wollen wir uns auch nochmal ein bisschen genauer anschauen naja wie viel Raumdiagogen haben wir denn beim Würfel wir haben es vorhin im Grunde genommen schon gesehen letztendlich haben wir 8 Eckpunkte und demzufolge 4 Raumdiagonalen weil immer eine durch zwei Eckpunkte geht jetzt ist die Überlegung dass ich jede der 4 Würfeldiagonalen beliebig durch Würfeldrehungen aufeinander abbilden kann also egal welche Zuordnung ich wähle ich kann die Diagonale auf eine andere abducken ja wie viele Möglichkeiten gibt es da da kann man sich das Problem ein bisschen vereinfachen jeder von Ihnen hat sportliche Erfahrungen im 100 Meter Lauf 4 Stadtläufer wie viele Möglichkeiten gibt es für den ersten Platz naja 4 Möglichkeiten wie viele haben wir noch für den zweiten Platz na genau 3 Möglichkeiten und für den nächsten genau 2 Möglichkeiten und für den letzten bleibt nur noch eine wir haben also 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeit und das sind genau 24 Möglichkeiten und das können wir auf unsere Raumdiagonalen übertragen wir haben also 24 Möglichkeiten 4 Dinge anzuordnen naja was heißt das jetzt die Drehgruppe des Würfels ist also die gleiche Gruppe wie die aller Permutationen von 4 Elementen das haben wir gerade gesehen und das ist eine Gruppe die von Mathematikern gut erforscht und auch gut verstanden wird und die heißt oder wird bezeichnet mit S4 und heißt symmetrische Gruppe auf 4 Elementen und jetzt könnte man sagen wenn ich weiß es steht dieser Buchstabe S4 dann kann ich darauf schließen dass das der Würfel ist das geht nicht weil die Drehgruppe des Würfels ist die gleiche wie des dualen Körpers des Oktaeters Sie können bei jedem platonischen Körper wo der Würfel darunter zählt einen dualen Körper konstruieren indem indem Sie die Seiten Mittelpunkte nehmen und die verbinden das heißt der Würfel hat 6 Seiten sie verbinden also diese 6 Seiten Mittelpunkte und das wären die Eckpunkte unseres neuen Körpers nämlich des Oktaeters und wenn ich jetzt bei dem Oktaeter wieder die Seiten Mittelpunkte verbinden würde dann kriege ich einen kleineren Würfel und so kann ich das beliebig fortführen und der hat dieselbe Symmetriegruppe naja jetzt haben wir hier ein Bild von einem Modell wo sich relativ viel ablesen lässt wo man einiges erkennen kann wo man Mathematik erklären kann und Sie werden nicht in Leipzig wenn ich nicht den Namen Felix Klein erwähnen würde weil Felix Klein sehr viel in Leipzig getan hat Mathematik anschaulich zu gestalten beispielsweise mit der Gründung der Modellsammlung im Mathematischen Institut aber Felix Klein passt auch gut in diesen Zusammenhang über den wir hier sprechen weil Felix Klein hat Gruppen genutzt nicht um Objekte nur zu verstehen so wie wir es jetzt gemacht haben dass wir uns den Würfel damit angeschaut haben sondern er hat es genutzt um ganze Geometrien zu verstehen Felix Klein hat sich um eine Klassifikation verschiedenster Geometrien bemüht und er sagt die eukletische Geometrie ist nur ein Spezialfall der projektiven Geometrie die sich aus Einschränkung der Isometrie Gruppe ergibt jetzt hört sich dieser Name Isometrie Gruppe wieder so gefährlich an aber das ist nichts anderes als das was wir gerade über diese Symmetrie Gruppe gesagt haben nur das was jetzt in den Raum gepackt haben also das räumliche Analogon dazu naja und Felix Klein ist mit diesen Untersuchungen ziemlich berühmt geworden weil er in seinem Erlanger Programm das er während seiner Antrittsrede in Erlangen vorgestellt hat genau davon geredet hat und im Kern von dieser Verwendung von Gruppen in der Geometrie spricht und eine Klassifikation von diesen Geometrien darstellt na jetzt sind wir bei einem bedeutenden Mathematiker und dann sollte man sich natürlich fragen was ist denn die Identität eines Mathematikers welche typischen Charaktereigenschaften machen einen Mathematiker aus naja und wenn Sie das mal googeln dann sehen Sie einige Vorurteile wie staubt trocken und tumorlos das kann ich auf keinen Fall bestätigen rational und bodenständig das sind schon ziemlich viele wenn Sie mal das mathematische institut schauen dann werden Sie feststellen die meisten sind wirklich männlich es gibt ganz wenige Mathematikerinnen bei uns und nachdem ich das gelesen habe habe ich mal genauer geguckt ob die wirklich alle Karolenten fragen nicht alle aber einige schon verschroben naja das gibt glaube ich in jeder Disziplin dass es hier und da einen verschrobenen Wissenschaftler gibt sie reden nur in Formeln auch das da gibt einige die wirklich nur mit Formeln reden aber es gibt auch ganz normale sich in alltäglicher Sprache artikulierende Mathematiker naja und weltfremd das kann auch jeder sein auf jeden Fall würde ich Ihnen empfehlen wenn Sie nachher nach Hause gehen schauen Sie mal in der Straßenbahn ob Sie einen Menschen finden wo das zutrifft und dann fragen Sie ihn ob er ein Mathematiker ist ich habe aus diesem Grund einen anderen Ansatz gewählt und zwar habe ich gesagt der Mathematiker zeichnet folgendes aus dass sie sich mit dem Spiel und Knobeltrieb eines Menschen viel intensiver auseinandersetzen Mathematiker untersuchen Spiele und schauen 14 ist mit der 15 vertauscht und dem Mathematiker wird auch eine gewisse Zwanghaftigkeit nachgesagt nämlich eine Zwanghaftigkeit zur Ordnung Also können wir diesen Missstand nicht wirklich ertragen und wollen das lieber wieder in eine ordentliche Reihenfolge bringen Welche Möglichkeiten gibt es da? Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Naja Die erste Lösung die mir eingefallen ist ist die Ingenieurslösung Man nehme einen Schraubenzieher breche die beiden Teile raus vertausche sie und drücke sie dann wieder rein Kleines Problem das machen sie ein paar Mal dann können sie das Spiel wegwerfen Schauen wir uns mal an ob es eine mathematische Lösung dafür gibt Wir haben unsere Schiebepasse 14 15 ist vertauscht und wir haben hier ein freies Feld Naja um jetzt besser argumentieren zu können beschriften wir das einfach und sagen das ist jetzt meine rote 16 Naja was kann ich hier jetzt machen und ganz einfach ich kann die benachbarten Felder vertauschen also ich kann die 16 mit der 12 vertauschen oder die 14 mit der 16 Na dann machen wir das doch einfach mal vertauschen die 16 mit der 14 Was kann ich jetzt machen ich kann wieder die benachbarten Felder vertauschen zum Beispiel die 15 mit der 16 oder die 11 mit der 16 Wir vertauschen jetzt mal die 11 und die 16 naja und jetzt vertausche ich mal die 16 mit der 10 die 16 mit der 6 die 16 mit der 5 und die 16 mit der 1 und dann erhalte ich folgendes Schiebepassel und was habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt eine Permutation der Zahlen 1 bis 60 durchgeführt also eine Vertauschung wir haben einfach nur Zahlen vertauscht was anderes haben wir nicht gemacht ja das ist aber nichts anderes als das was wir jetzt hier eben mit dem Würfel auch gemacht haben das heißt die Symmetriegruppe des Puzzles ist es 16 also die symmetrische Gruppe auf 16 Elementen und jetzt ist unser Anliegen mit möglichst wenigen Zügen zur Identität zurückzufinden also zu unserem ursprünglichen Puzzle wo wir die Zahlen 1 bis 15 hintereinander angeordnet haben dafür schauen wir uns jetzt die Symmetriegruppe ein bisschen genauer an kann man auch als Permutationsgruppe bezeichnen die Permutationsgruppen werden durch Transposition also durch Vertauschung von Zahlen erzeugt das heißt also jede Permutation kann ich als Produkt oder auch beziehungsweise als hintereinander Ausführung von solchen Transpositionen schreiben schauen wir uns ein Beispiel an wir haben eine Zahlenfolge 1, 2, 3, 4, 5 und die wird vertauscht indem ich die Zahlen neu anordne und jetzt überlege ich wie kann ich diese Permutation erreichen naja eine Möglichkeit ist ich sage ich tausche die 3 mit der 1 und jetzt tausche ich die 1 mit der 5 und dann habe ich genau diesen Teil ich kann es aber auch so machen dass ich sage okay ich habe meine Zahlen und jetzt fange ich an ich tausche die 3 mit der 2 ich tausche die 3 mit der 1 ich tausche die 1 mit der 2 ich tausche die 5 mit der 4 ich tausche die 5 mit der 1 und ich tausche die 4 mit der 1 dann bin ich auch wieder zu dem Ergebnis gekommen wenn sie das jetzt machen würden sie würden noch viele andere Möglichkeiten finden das heißt es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten diese Permutation zu erzeugen kann man da irgendein System erkennen oder findet man da eine Struktur dazu schauen wir uns nochmal die Fehlstände einer Permutation an das heißt wir schauen uns die Anzahl der Paare an also die sind die Zahlenpaare die in der falschen Reihenfolge auftreten das heißt wo die größere Zahl vor der kleineren Zahl steht naja schauen wir uns das doch mal hier oben an und untersuchen diese Zahlenfolge nach Fehlständen na die 3 ist größer als die 2 also ist das Paar 3 2 im Fehlstand die 3 ist kleiner als die 5 also ist das vollkommen in Ordnung die 3 ist kleiner als die 4 ist auch vollkommen in Ordnung und die 3 und die 1 naja die 3 ist wieder größer also wir haben einen zweiten Fehlstand na jetzt schaue ich mir das Paar 2 5 an 2 ist kleiner als 5 vollkommen in Ordnung die 2 ist kleiner als 4 das ist auch vollkommen in Ordnung naja und bei dem Paar 2 1 ist die 2 wieder größer als die 1 das heißt das ist auch wieder ein Fehlstand und jetzt schaue ich mir die 5 an die 5 und die 4 das ist die 5 wieder größer das heißt ich habe einen erneuten Fehlstand und bei der 5 und der 1 ist die 5 auch wieder größer ich habe noch einen Fehlstand da haben wir jetzt schon 5 Fehlstände naja und jetzt die 4 und die 1 4 ist auch wieder größer als die 1 also mein 6er Fehlstand kann ich jetzt irgendwas über diese Fehlstände noch genaueres aussagen naja eine Transposition von solchen benachbarten Zahlen endet die Anzahl der Fehlstände um plus minus 1 gucken wir nochmal zu diesem Beispiel zurück wenn ich jetzt die 2 und die 3 vertausche naja dann ist die 2 kleiner als die 3 das heißt ich habe da keinen Fehlstand mehr das ist einer weniger und jetzt könnten wir es wieder durchzählen und dann kommen wir wirklich auf einen weniger also nur 5 würde ich jetzt die 5 mit der 2 vertauschen naja dann haben wir einen Fehlstand mehr also ist genau das was wir gerade gesagt haben jetzt ist es aber langweilig sich nur die benachbarten Zahlen anzuschauen ich kann mir ja auch eine Transposition von Zahlen anschauen mit einem beliebigen Abstand und da ist die Aussage dass sich diese als Produkt von 2k minus 1 Nachbarschaftstranspositionen darstellen was heißt das? schauen wir es uns an wir haben das Beispiel das ist unsere Anordnung 4, 2, 3, 5, 1 und das ist unsere Permutation das heißt wir haben die 2 und die 1 vertauscht von der 2 bis zu 1 ist der Abstand 3 von der 2 bis zu 3 3 bis zu 5 und 5 bis zu 1 also mein k ist gleich frei jetzt besagt dieser Satz dass ich diese Transposition von den beiden Zahlen 2 und 1 als 2 mal k also 2 mal 3 minus 1 5 Nachbarschaftstranspositionen darstellen kann schauen wir uns das doch mal an was mache ich? ich möchte ja die 1 quasi an die Stelle von der 2 und die 2 an die Stelle von der 1 das heißt ich tausche als erstes die 1 und die 5 das ist meine erste Transposition dann tausche ich die 3 mit der 1 das ist meine zweite weil jetzt steht die 1 genau hinter der 2 das heißt ich tausche das jetzt wieder und bin jetzt schon an der Stelle dass ich die 1 an der richtigen Stelle habe und jetzt muss ich die 2 wieder nach hinten schieben ich tausche also die 2 mit der 3 und ich tausche die 2 mit der 5 und damit habe ich genau 5 Nachbarschaftstranspositionen um diese Transposition von den beiden Zahlen darzustellen das heißt ich fange mit der hinteren Zahl an und gucke dass ich sie die direkt hinter die zu tauschende Zahl stelle naja und wie viele Züge brauche ich da wir haben es gerade gesehen ich brauche genau k-1 Zug weil sie steht ja dahinter ja und dann habe ich diesen Tausch das ist Einzug und dann muss ich die andere Zahl ganz nach hinten bringen das sind wieder k-1 Züge das heißt ich habe 2 mal k-1 Züge plus Einzug zusätzlich das entspricht genau diesen 2k-1 naja wenn ich das weiß dann weiß ich okay jede Transposition ändert die Zahl der Fehlstände um eine ungerade Zahl haben wir gerade super gesehen naja und dann gibt es folgende Aussage die Permutation heißt gerade wenn die Anzahl der Fehlstände gerade ist ansonsten ist sie ungerade naja jetzt haben wir aber gesehen eine Permutation wird durch Transposition erzeugt und wenn ich jetzt eine wenn ich jetzt anfange ich habe einen Fehlstand und dann nehme ich eine ungerade Zahl dazu naja dann habe ich zwei Fehlstände und dann nehme ich noch eine ungerade Zahl dazu dann habe ich drei und immer so äh immer so weiter und dann stelle ich halt fest ähm dass wenn ich eine gerade Anzahl an Transpositionen habe dass dann die Anzahl der Fehlstände gerade ist und die Permutation auch gerade ist na ansonsten nenne ich das Ganze ungerade und das ist entscheidend für unsere Würfelpasse schauen wir uns das nochmal an das ist der Ausgangspunkt wir haben die 14 15 verkehrt und wir wollen das in diese richtige Lösung bekommen naja wir wissen dass das Schiebepasse in einer ungeraten Anzahl von Zügen gelöst werden muss wir haben hier eine einen Fehlstand na jetzt schauen wir uns mal an was die 16 eigentlich macht das möchte ich haben das heißt die 16 muss wieder hier unten stehen und das kann ich nur erreichen wenn ich genauso viele Züge nach rechts wie nach links gehe und nach oben wie nach unten ansonsten kriege ich das nicht hin und wenn ich genauso viele Züge nach oben wie nach unten gehe oder nach links wie nach rechts na dann habe ich eine gerade Anzahl an Zügen und damit ist eigentlich schon ein Widerspruch und ich kann quasi dieses Puzzle nicht lösen denn eine gerade Anzahl an Transposition wird eine gerade Anzahl der Fehlstände haben und da haben wir das Problem dass das so nicht lösbar ist und ich letztendlich wieder auf meine Ingenieurslösung zurückkommen muss und leider die Zahlen rausbrechen muss also sollten Sie so ein Puzzle bekommen haben Sie keine Chance das auf dieser Art zurückzuführen natürlich gibt es jetzt eine Menge weitere Fragen wenn wir uns das eben besprochene Puzzle anschauen und das wie es häufig ausgeliefert wird naja kann ich jetzt sagen dass ich egal welche Konfiguration ich habe eine dieser beiden auf jeden Fall erreichen kann und das kann man ganz klar mit Ja beantworten naja und in der Mathematik ist es üblich dass man quasi Hausaufgaben gibt Übungsaufgaben deswegen würde ich Ihnen das gerne überlassen zu zeigen dass es ausreicht nur Verschiebungen in ebenstehender Weise durchzuführen das kriegen Sie mit dem Wissen hin was wir jetzt gerade gemacht haben aber ich gebe Ihnen noch einen kleinen Hinweis und zwar was machen wir hier wir schauen uns den Weg unserer roten Zahl an oder den Weg der Züge naja und das haben wir auf eine bestimmte Art und Weise eingeschränkt und wenn wir zeigen können dass wir eine dieser beiden Positionen auf diese Art und Weise erreichen können dann funktioniert es dann haben wir gezeigt das ist erreichbar obwohl wir es hier nur mit eingeschränkten Weg gemacht haben naja und wie ist das hier wir sehen wir durchlaufen hier einen Kreis und dann haben wir hier einen zweiten Kreis in der Mitte und jetzt stellen wir uns einfach die 16 wie eine Lokomotive vor und die Zahlen wie Waggons die hinten angereiht sind und jetzt kann die 16 hier ihre Runden drehen und natürlich will ich ja auch manchmal Zahlen vertauschen und dazu brauche ich quasi diesen Rangierbahnhof wo ich auch mal eine Zahl abstellen kann und neu anordnen kann wer Schiebepasse schon mal gelöst hat der sieht dann okay wenn ich hier das runter schiebe naja dann kann ich hier durch solche Kreisdarstellung die Zahlen vertauschen und habe die dann in einer anderen Reihenfolge so dass jetzt beispielsweise hinter der 16 direkt die 10 und die 12 kommt und das ist alles was man braucht um das eigentlich zeigen zu können naja gibt es es gibt ähnliche das bekannteste ist das Achterschieberätsel das für die die ein bisschen mehr suchen und rätseln wollen die sollten lieber das 31 Schieberätsel verwenden das dauert ein bisschen länger aber vom Prinzip her ist all das was wir jetzt gesagt haben hier 1 zu 1 übertragbar wir können uns auch hier wieder eine rote 9 denken und uns dann das ganze überlegen was wir jetzt gemacht haben naja und in diese Rubrik fällt halt auch unser Rubik Würfel den vielleicht auch die meisten von Ihnen kennen und hier kann ich wieder genauso wie an meinem anderen Würfel was wir vorhin hatten diese verschiedenen Symmetrien zeigen aber es gibt hier noch weitere Transformationen weil ich habe ja hier noch diese kleinen Würfel innen drin die ich innerhalb des Objektes verändern kann naja und diese Transformationen bilden wieder eine Gruppe und wenn ich die Identität haben will dann tue ich wieder einfach nichts dann können wir jetzt ketzerisch sagen Identität suchen ist nichts tun was sind erlaubte Transformationen naja jeder der einen Rubik Würfel schon mal in der Hand hatte weiß ich kann das auf einer Ebene auf einer Scheibe drehen ich kann nicht innerhalb irgendwelche Verrenkungen machen ja und wenn man den kriegt dann ist der wirklich bunt gemixt und man sitzt stundenlang da und versucht den rauszufinden höchstens man kennt den Algorithmus ansonsten scheitert man kläglich ich zumindest und jetzt ist die Frage naja müssen wir jetzt wie bei dem Puzzle einfach die einzelnen Teile rausbrechen und neu zusammensuchen oder kriegt man das auch durch erlaubte Züge hin schauen wir uns erstmal an wie es denn ist wenn wir diese rabiate Variante wählen und fragen wie viele Stellungen sind mit Gewalt möglich na wenn wir uns den Rubik Würfel anschauen dann haben wir einen Teil in der Mitte einen Würfel in der Mitte der fest ist wir haben sechs Seiten also auch sechs Seiten mitten die nur im Raum gedreht werden können also das ist das was wir vorhin hier über den Würfel gesagt haben die ignorieren wir jetzt einfach mal naja jetzt haben wir zwölf Kanten Würfel das sind die in der Mitte immer wir haben zwölf Kanten also auch zwölf Kanten Würfel na und die können immer auf zwei verschiedene Art und Weisen eingebaut werden die können entweder so eingebaut werden wie hier oder ich finde die gelbe Seite und die blaue Seite hier haben na und ich habe acht Eckwürfel ich habe acht Ecken also auch acht Eckwürfel na und die kann ich auf drei verschiedene Art und Weisen einbauen entweder so wie hier abgebildet oder die rote blaue gelbe Seite oder die gelbe blaue rote äh gelbe rote blaue Seite naja wenn ich mir das mal anschaue da habe ich eine ganze Anzahl an Möglichkeiten die da zusammenkommen die Würfel zusammenzusetzen diese zwölf Fakultät ist nichts anderes als ich habe äh für den ersten Würfel zwölf Möglichkeiten für den zweiten elf und so weiter naja und ich habe zwei Arten auf die ich es einbauen kann also zwei hoch zwölf und dasselbe nochmal für die achteckwürfel ja wenn Sie sich die Zahl anschauen zehn hoch sechs sind eine Million dann sehen Sie dann sehen Sie wie groß die Möglichkeiten sind das könnten wir jetzt mathematisch erforschen das wird man aber nicht in dieser Stunde schaffen der wird man mindestens einen Monat zu brauchen und die Gruppentheorie kann diese Gruppe genau beschreiben und zwar handelt es sich hier um ein Kreuzprodukt ähm und hier um unsere symmetrische Gruppe auf zwölf Elementen hier die symmetrische Gruppe auf acht Elementen was wir schon mal besprochen haben na hier die ganzen Zahlen Modulo 2 das heißt ich habe nur die Elemente 0 und 1 und hier die ganzen Zahlen Modulo 3 ich habe nur die Elemente 0, 1 und 2 und das entspricht im Grunde genommen genau diesen zwei Arten und diesen drei Arten naja und jetzt werden die miteinander verbunden und das kann ich untersuchen und das führt zu weit ähm ich kann das noch intensiver betreiben ich kann sie auch noch ein ganzes Semester beschäftigen damit wenn wir uns jetzt die Gruppe der legalen Züge anschauen dann kann ich nämlich zeigen dass die durch alle legalen Züge entstandene Gruppe genau diese Darstellung hat und wir sehen schon die sieht schon wieder anders aus als eben das wir haben gewisse gleiche Elemente also wir die Symmetrie Gruppe auf zwölf und die Symmetrie Gruppe auf acht Elementen naja und jetzt haben wir auch wieder unsere ganzen Zahlen Modulo 2 aber diesmal hoch 11 also das ist noch deutlich komplexer als das was wir uns eben angeschaut haben und wenn ich mir das anschaue naja dann habe ich letztendlich 4 mal 10 hoch 19 Elemente was ein bisschen weniger ist aber immer noch sehr viele was nicht zuletzt durch diese Division durch zwölf zustande kommt wie viele Züge brauche ich denn jetzt um zur Identität zurückzukommen wer von Ihnen hat denn schon mal so einen Rubikwürfel gelöst wie lange haben Sie denn dafür gebraucht also ich brauche unendlich viele Züge weil ich schaffe es gar nicht aber der maximale Abstand und das kann man hier zeigen zur Identität beträgt 26 ich brauche also 26 Züge um wieder zur Identität zurückzukommen das ist nicht viel und ich hoffe ich habe Ihnen damit einen kleinen Einblick in die Identität und die Auseinandersetzung mit der Identität in der Mathematik gegeben und freue mich dass Sie dir so aufmerksam zugehört haben ich freue mich ich freue mich aufmerksam